Ein weiterer Punkt, der bemängelt wird, dass es teilweise Engpässe bei der Versorgung von Pflegebedürftigen gibt. Dies wird nicht nur in den Medien berichtet, sondern manche Pflegekräfte sagen, dass es den Alltag in der Pflege bedeutet. Ein weiterer Punkt, der bemängelt wird, dass es teilweise Engpässe bei der Versorgung von Pflegebedürftigen gibt. Dies wird nicht nur in den Medien berichtet, sondern manche Pflegekräfte sagen, dass es den Alltag in der Pflege bedeutet. Ein weiterer Punkt, der bemängelt wird, dass es teilweise Engpässe bei der Versorgung von Pflegebedürftigen gibt. Dies wird nicht nur in den Medien berichtet, sondern manche Pflegekräfte sagen, dass es den Alltag in der Pflege bedeutet. Ein weiterer Punkt, der bemängelt wird, dass es teilweise Engpässe bei der Versorgung von Pflegebedürftigen gibt. Dies wird nicht nur in den Medien berichtet, sondern manche Pflegekräfte sagen, dass es den Alltag in der Pflege bedeutet. Ein weiterer Punkt, der bemängelt wird, dass es teilweise Engpässe bei der Versorgung von Pflegebedürftigen gibt. Dies wird nicht nur in den Medien berichtet, sondern manche Pflegekräfte sagen, dass es den Alltag in der Pflege bedeutet. Ein weiterer Punkt, der bemängelt wird, dass es teilweise Engpässe bei der Versorgung von Pflegebedürftigen gibt. Dies wird nicht nur in den Medien berichtet, sondern manche Pflegekräfte sagen, dass es den Alltag in der Pflege bedeutet. Das ist nicht nur in den Medien berichtet, sondern manche Pflegekräfte sagen, dass es den Alltag in der Pflegebedürftigen gibt. Vielen Dank.